Hey Leute und willkommen zurück zu Shenmue 2. Wir gehen hier weiter nach oben in den 15. Stock. Ich glaube, wir müssen in den 17. Okay, na dann machen wir mal weiter. Ach komm, wie hat denn der das jetzt geschafft? Ernsthaft? Wegen einem Schei... Oh! Alter! Ich dachte schon, ich hätte es jetzt verkackt wegen einem Scheiß-Time-Event. Na ja, haben wir uns zum Glück noch mit dem letzten hier gerettet. Hier geht es noch runter, da wollen wir noch nicht lang. Bei den letzten zwei Etatschen werden nicht gerade angenehmer sein. Ja. Oh! Oh! Hey, ich mache jetzt hier. Come machen wir in einem auch? Ich meine hier! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Hey, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich werde ein wenig Zeit verdienen. Aber ich weiß nicht, dass ich die 17-Jahre verabschiede. Okay, gehen wir. Ja, komm. Mit dir... Verr... Mit... Mit... Mit seiner Kettensäge, ey. Mit seiner Kettensäge, ey. Mit seiner Kettensäge, ey. Kettensäge! 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 Ah, was? Die, Alter. Ah, was? Okay, 18th. Hey, you guys, move away! Oh, my God. I'll take you back. You go to the top. Lern? Achssado, geh! Ich verstehe. Hey, Mann, mein Mann! Mein Mann, mein Mann! Scheiße, geh! Okay, äh, Tür einschlagen, Tür eintreten, Tür rammen. Hä? Okay. Was genau ist da jetzt der Unterschied? Findet eine Wache und wo sich der Aufzuschlüsse befindet innerhalb der Zeit. Wenn nur noch wenig Zeit bleibt, wird der Timer rot. Was? Das ist doch irre. Warum denn ein Zeitlimit ist doch doof. Das ist doch doof. Das ist doch das. Das ist doch Falsch. Das ist doch so. Vielen Dank. wir müssen einfach mal suchen ich kann nicht mal speichern wie geil ist denn das oh hier ist es wo ist es? hier ist es? hier ist es? was ist das? hier ist es? Nein, das stimmt nicht. Oh, oh. Sechs Minuten haben wir also. Das ist halt echt nicht viel. Oh Mann, das könnte halt überall sein. Das ist halt das Ding. Oh Mann, ey. Ich glaube, hier ist er nicht, oder? Hier vielleicht neben den Aufzügen könnte er halt so sein, weil wegen Aufzug Schlüsse. Das würde ich mir jetzt zumindest vorstellen. Oder das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der hier ist. Ach, die Scheiße, ich glaube, das ist das okay. Ah. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Evaluert. Ja, keinem. Jeremy, Sie haben nun ein Sp opportunitieses auf. Ich glaube das ist, was Sie erreichen, nicht logicisch. Oh Mann. Ich will den Tornado Kick machen, er macht ihn aber nicht. Ich will den Tornado Kick machen. 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 Das ist immer besser. Ich will den Tornado Kick machen. Der Tornado Kick machen. Dass die Tornado Kick machen wollen. Ich will den Tornado Chi свет creature machen. Gut. ob das jetzt niemand getroffen hat. Oh Gott! Der Schlag ist wirklich heftig, der hier. Ich glaube, der wird hier... Der wird Carrying. Also der trägt diese Kämpfe. Das ist halt auch noch ein Schlag, der halt auch noch leicht auszuführen ist. Müssen wir jetzt erst mal Ren abholen, oder wie? Das ist halt auch ein Schlag. Ah, warte hier. Zehn. Haben wir den auch mitgenommen? Ja. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen, glaube ich, in B3. Ich glaube, der Sparrowzug war der hier. Ja. Oh, ich habe gar nicht aufgepasst gerade. Oh, ich habe gar nicht aufgepasst gerade. Also, ich habe gar nicht aufgefallen. Ich meine, die hier. Was ist das? Jetzt ist es Schluss? Wenn ich mich nicht verletzen, dann ist dein Leben hier. Das ist gar nicht so. Okay, also dann machen wir im nächsten Part weiter bei Shenmue 2 und ciao.